Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich möchte euch auf etwas aufmerksam machen. Ich streame ja heute selbstverständlich, aber nicht auf meinem Kanal, sondern heute hier an diesem wunderschönen... Nein, er ist nicht wunderschön. Nein, er ist nicht wunderschön. Er ist verdammt nochmal verregnet. Aber egal. Es ist ein Donnerstag und ich werde heute für Nvidia Deutschland streamen, meine lieben Freunde. Und zwar von 13 bis 21 Uhr gibt es unfassbare 8 Stunden Pro Evolution Soccer 2016 Action. Und das wird extrem geil werden, da... Haha, nee Leute, ihr müsst einfach vorbeigucken und euch das genau angucken, warum das so episch wird. Den ganzen Tag werde ich dort auf Nvidia streamen, abends eventuell noch bei mir, aber das kann ich euch noch nicht sagen. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Der Link, den seht ihr hier gerade im Bild, aber natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Schaut mal vorbei und sagt Hallo und genießt den Stream wie alle anderen auch, denn egal ob bei mir oder woanders, es wird genauso sein. Und es wird genial. In diesem Sinne, bis später.